ja also was hier das ist der schwerere oder? servus leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal und zwar zu tag 2 von unserem roadtrip heute immer noch aus Livigno aber heute vom anderen lift also gestern waren wir am bikepark motolino auf der anderen seite da hinten irgendwo und jetzt heute sind wir beim carousel 3000 heißt es da fahren wir gerade mit der gondel hoch hier sollen mehr so flowtrails und so sein wir wollen das aber heute echt mal noch auschecken was auf der seite hier abgeht und ja ich wünsche euch viel spaß ich habe heute geburtstag das heißt mega cool am geburtstag biken gehen zu können in den bergen im bikepark richtig cool und ich wünsche euch viel spaß im video let's go ja 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 Niklas! 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 Das war's für heute. Ich bin jetzt hier. ich guck mir immer so ein bisschen an was... What's up? Scheiße! Sick man! Peng! Kein Freund. Das ist schon sehr sick hier. Das ist schon sehr süß. voll hängen geblieben mit dem vorderrad ich fahre auch nicht drinnen gerade ist das los, alles frisch gebaut hier hier wird auch noch mal hier wird auch noch mal Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So Leute, so bringt man seinen Filmer wieder zurück zum Lift, wenn es Schotterweg entlang geht. Der Niklas ist gerade die ganze Zeit gelaufen und jetzt lenkt der Corby den rüber zum Lift. Ich habe seinen Rucksack mit der Kamera. Läuft schon. Danke. Super. Untertitelung des ZDF, 2020